Hallihallo Freunde der mittelalterlichen Baukunst. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Stronghold. Ja, dieses Mal bin ich alleine. Nach meinen zwei wundervollen Parts mit den coolsten Co-Moderatoren, wo gibt. Okay, wollen wir mal nicht so übertreiben, ihr wart ganz in Ordnung. Nein, es war sehr lustig mit euch, danke nochmal. Ja, heute machen wir mal... Heute vergießen wir... Okay, lasst uns mal Blut vergießen. Mission, ey, Blut vergießen. Ich lese zu oft die Mission vor, fällt mir gerade auf. Egal. Ja, was mach ich denn sonst? Ach, was mach ich denn? Ich hab nichts zu tun. Ich mach hier mal. Weiter. Ja. Ich will auch mal so ein Synchronisator sein. Synchronsprecher, mein ich. Entschuldigung. Hä? Von einem Game, wollte ich nach ihm anhängen. Abgesehen davon glaubt man, dass seine Eltern beide kurz nach seinem 18. Geburtstag eines natürlichen Todes gestorben sind. Seid ihr da sicher, Oma Erzähler? Dringt in die nächste Grafschaft der Schlange ein und verteidigt euch gegen seine Streitkräfte. Die Grafschaft grenzt an eine des Wolfs. Seid also wachsam, denn ihr müsst schnell reagieren, sollte er sich entschließen, sich zu zeigen. Äh, äh, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wenn ich gleich die Karte sehe, ähm, dann weiß ich, ob es das ist, wo ich, äh, gefailt habe. Ich glaube, das war es. Ähm, nehm, nehm, nehm. Nehmt euch vor den Schwertkämpfer dann 8. Äh, ihre eiserne Rüstung kann eure Bogenschützung kaum durchgedrungen werden. Rückenkämpfer sind hier in der Zerheer als Lanzenträger. Äh, okay, ähm, mäm, 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 mäm. Armbrustschützen. Dem, dem, Breitkolbenkämpfer. Breit, Streit! Oh, ja, Breitkolbenkämpfer, nee, ist klar. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, im letzten Part, meine ich, war das, äh, ein bisschen zu leise, wo die, wo der Wolf mit dem Schwein diskutiert hat. Ich hoffe, dass es dieses Mal, ich glaube, dass es dieses Mal genauso, weil ich nichts am Ton gemacht habe, weil sonst versteht man nicht, mich nicht, während des Games. Egal, ihr könnt, ihr könnt ja lesen, ne, ne, ja, so. Und ich hoffe, das klopft jetzt. Wah, 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 wah. Ne, das war doch noch was anderes, meine ich. Da war ich so, äh, äh, wo ist denn der Dings, dieser komische Pfeil, wo die Makas herkommen können. Da ist eine, eine Ruine oder sowas. Äh, lass mal eben überlegen. Hier ist, ah, da war doch eben was. Wo ist denn der, der, ach, da, da ist er, okay. Dann bauen wir die mal ganz unten hier hin. So, kommt uns hier keiner in die Quere. So. Jo, das mach ich doch glatt. Äh, okay. Jägerstand, das ist immer sehr nützlich, wie ich finde. Dam, 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 dam. Schön, alle so eng beieinander, weil wir wollen ja Platz sparen auf dieser großen Map. Hm. Ach ja. Holzfäller. Hütte. Hier oben. Eine. Mitten auf dem Berg. Äh, hier eine. Äh, 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 wo haben wir noch Holz? Hier müssen wir weiter laufen. Äh, d-d-d-d-d-d-d-d, hier ist alles frei. Ah, hier sind keine, doch, da. Da. Und da. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Doch, kann ich. Ich bin, mein Lord, ich darf das. Hier sind ja auch noch welche. Wieso hab ich das jetzt extra da hoch? Ach so, ja, gut. Hm, 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 hm. Komm, hier, weil zu schön ist noch eine. Da. So, schön. Okay, ähm. Es kann sein, dass ihr meine Maus hört. In diesem Part. Weil ich, äh, meine andere Maus schrott gegangen und jetzt musste ich eine alte rauskramen. Mit Kugel. Eine Kugelmaus. Ist das zu fassen? Ja. Das ist krass, ich weiß. Ach, ich hab wieder eine Frau. Ist ja krass. Wie heißt die? Ingeborg Pichelheimer. Ach Gott. Es gab schon mal schönere Vornamen. Oh, diesen Satz hab ich so vermisst. Na, wo dabbst du wieder rum? Nein. Dahin. Danke. Glaubst du, du, ich seh das nicht, oder wie? Ich seh das. Natürlich seh ich das. Ähm. Oh, cool. Gerberei. Ich meine, da haben wir nämlich Frauen drin, die da drin arbeiten. Ich weiß nicht, warum zum Geier das Frauen machen, die extra so Schweine ausschälen und so. Ist ja nicht so lecker, aber, ähm. Gut. Ach, ja, leck mich doch. Holz, Holz. Wer braucht schon Holz? Ich kann das auch mit Steinen bauen. Oder so. Wieso in Ehrennatale. Hm, Stein aufstellen. Ach, ja, 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 ja. Wir haben wieder Holz. Ist das zu glauben, Leute? Hm, 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 hm. Vorratslager. Brauche ich nochmal kurz hier? Ich. Geht das? Oder? Geht nicht. Scheiße, weil das Dings da ist. Ja gut, dann mache ich das so. So, wunderbar. Ey, das sieht doch total genial aus, oder nicht? Ja, kein Kommentar. Ähm. Eisenmina? Dings? Kirchens? Ich finde das immer nicht. Ich bin so ein Meister, obwohl es eigentlich total schlau unterteilt ist, so mit den Symbolen. Aber nein, ich ignoriere das immer ganz geschickt. Ich glaube, die transportieren das selber. Und die brauchen kein, ähm, Dings. Habe ich jetzt eigentlich ein Dings Steinbruch gebaut, oder nicht? Doch. Nee, hatte ich nicht. Achso, okay. Ich hatte ja kein Holz. Wie immer. Äh, weil in, in, äh, frag ich mal, in Stronghold 2, glaube ich, da brauchen auch die Eisenminen so ein Ochsenjoch. Die schleppen das nicht von selber. Die sind zu faul. Dazu. Ähm. Wie heißt denn unser Bade? David Bierheber, ja. Voll so ein Bierheber, ne? Nixgabe. Ich muss ja noch Steuern hier erheben. Das fällt mir ja gerade noch ein. Äh, ich brauche, glaube ich, so ein bisschen langsam ne Streitmacht. Aber da können wir uns so in aller Ruhe drum kümmern. In der Richtung haben wir nix. Ich zäune das ja alles ein. Nach dahin müssen wir eins machen. So. Die ja faul sind und gehen sonst wo rum. Ich glaube, ich mache eine ganz große Burg so. Mit ganz vielen, ja, ich habe keine Steine mehr. Ganz vielen Mauern und großen Mauern und so. Das macht der Wolf immer. Das ist fürchterlich, wenn man gegen ihn spielt. Der hat immer so extrem viele, ähm, äh, Steinschichten. Da kommt man kaum gegen an. Das ist zum Kotzen. Die müssen ja hier nah ran. Die müssen wir ja hin. Ach, schon wieder nicht. Ist ja ekelhaftig. So. Ich brauche Steine. Steine, Steine. Mach ich noch einen zweiten? Ja, komm. Ich habe ja das Geld. Und so. Ja, ist in Ordnung. Ich brauche Steine. Das ist ein Bigger Ryan. Können wir schon mal aufmachen. Wenn es jetzt irgendwer angreifen sollte, dann bin ich gearscht. Nein. Nein. Wieso rede ich überhaupt davon? Wieso rede ich davon? Ich soll da nicht von reden. Ah, ich kann noch nichts kaufen, weil ich kein Marktlager habe. Scheiße, Scheiße. Und es hat so gut angefangen. Schnell, schnell, einen Marktplatz. Oh, Holz auch noch. Bäh. Kacke. Ich bin so... Ich habe mich so auf die Wirtschaft konzentriert. Ah, nein, 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 nein. Ich kann ja schon mal neu anfangen, glaube ich. Schnell. Ich brauche Holz. Steine brauche ich. Scheiße. Zwei, zwei Truppen. Juh. Ist jetzt voll gefährlich und so. Trotzdem ist es doof. Ich brauche ganz schnell Steine. Den kriegt mein Burgherr noch zur Not selber hin, aber, ähm, ich will den da nicht rausschicken. Irgendwie nicht. Wer will das schon? Ah, gut. So. Steine. Kaufen. Zack, zack. Krieg hin. Unterkünfte. Hier hin. Oh, ja, Waffenkammer, Waffenkammer. So, so, hier und. Ja, los. Rekruten. Ich brauche Rekruten. Das ist ja schön. Ja, komm. Hier hin. Boah. Ich werde wahnsinnig. Ich sehe das. Das ist traurig, aber, äh, greift mal, geht mal hier hoch, bitte. Du auch. Ich mit meinen fantastischen Kampf-Skills, die keine sind. Sind auf dem Weg. Ja, ich weiß, dass die angreifen. Wo sind sie denn? Ach, da. Wieder zwei. Na ja. Wie gut, dass die Medow vielleicht spielt. Ist bestimmt furchtbar, man hört die ganze Zeit meine Maus. Klack, 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 klack. So, erst mal hier hin. Euch schicke ich am besten hier hoch. Was bringt's voll eigentlich? Nicht. Egal. Meine Maus. Äh, meine Maus. Meine Kuh. Meine ich, natürlich. Äh, die haben meine Frau erschlagen. So ein Scheiß. Was soll das denn? Äh, könnt ihr mal wieder angreifen oder so? Eine kleine Soldatentrunkte ist voll. Voll idioten. Ja. Ist ja in Ordnung. Ihr könnt auf uns zählen. Ich hab mittlerweile auch mitgekriegt. Äh, ich glaub, das war nix mit meiner riesen Burg. Ich mach, ich mauer das jetzt so notdürftig zu. So. Aber gerade muss es schon sein, ne? Sonst ist es ja nicht schön. Äh, ich glaub, die kommen aus der Richtung. Ja, ich bau das erstmal voll verkehrt zu. Egal. Ähm, ähm. Futter, Futter, Futter. Ja, das seh ich auch so. Weil, ähm, ich gerade mich da so gut wie nicht drauf vorbereitet habe. Ach, auch noch. Toll, ich glaub, ich kann nochmal von vorne anfangen. Oh, scheiße. Wie viele sind denn das? Einer. Ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Ist ja cool. Deswegen wollte ich jetzt noch eben ne Bäckerei machen. Ich find sie natürlich wieder nicht. Äh, da. Da, ich hab sie gefunden. Sehr gut. Hallo, hallo, trollolol. Kommt die mal bitte hierher. Ich muss die mal gleich umbauen. Irgendwer hat mir gesagt, wo ich die strukturieren und wo ich die hinbauen kann. Ich weiß aber nicht wo. Also, dass die nicht da immer hinlaufen, sondern woanders. Aber das hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Wie heißt unsere neue Frau? Radegunde Weinfan... Feinwanst. Die Namen werden ja immer besser. Nee, ey. Oh, Gottes Willen. Blaue Strumpfhose. Ah, sexy. Ja, ist ja in Ordnung. Beinahe keine Nahrung mehr. Erstmal keine Steuern, sonst hauen die mir noch ab. Das wär nicht so von Vorteil. Feil... Feil... Feilmenschen. Ich brauch Feile. Ich brauch Feile. Feilmenschen. Ja. Ist okay. Hab ich gerafft. Ja, die schleppen das immer da hinten hin. Das ist doof, ne? So. Äh, wieso ist der Feind in der Nähe? Ach, da. Okay. Äh, hat der das Leben noch so voll, oder wie sehe ich das? Ah, okay, ist doof. Boah, Schepper, Schepper. Juhu. Wir haben einen Streitkolbenkämpfer. Kann ich das vielleicht, wenn ich das so anklick, dass die so... Nein, so... Nein. Wie geht denn das? Waffen kann man wählen. Trocken von dort aus. Ja, aber Waffen kann zur Verfügung von unterschiedlichen... Werden sie im Fenster vor, wenn sie Maus über Soldaten in ihren neuen Trocken erscheinen, am Lager vorgehen, gehen auf den Unter... Dort angekommen, sammeln sie sich auf dem Übungsplatz. Ja, gut. Meistens ist es übrigens so, dass die Gerbereien immer sehr lange brauchen. Deswegen würde ich mehr Gerbereien als, ähm, Streitkolben-Typen bauen. Gebäude, meine ich. Hm. Das ist ja richtig Action hier, Mensch. Ich dachte schon, ich gehe unter beim ersten Mal. So. Äh, was mache ich denn jetzt? Ach ja, gut, machen wir vielleicht ein bisschen weiter ausprobieren. Das wäre mal eine Idee. Ich gehe es noch mit dem. Daher habe ich noch mitięcy. Es liegt dann inpus Oracle. Daher habe ich noch mit dir helmet经ang. Daher habe ich einem Majestät nicht gepasst.